Hallo liebe Zuschauer, ich bin Sigmar von RH CaravanTouren und heute möchte ich euch wieder einen Campingplatz vorstellen auf dem wir zurzeit Gast sind und zwar ist es der Campingplatz im Eichenwald und der befindet sich im Westerwald und da machen wir jetzt mal eine Platzführung und den Platzbundgang. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Hinter mir, das ist die Gaststätte zum Fuchsbau, die hier am Campingplatz am Eingang ist. Da waren wir am Sonntag, also Muttertag, abends essen und die kann ich euch nur empfehlen. Das war super lecker, preislich angemessen, sehr nette Bedienungen und zwar in ausreichender Anzahl. Also wenn ihr hier seid, entweder im Biergarten oder drinnen schön sitzen und Hunde sind auch willkommen. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020